Hallo und herzlich willkommen zu Korn mit King's Night, heute mit einem unfassbaren King's Night Pennerhackpasta. Das braucht ihr alles für eure Vorbereitungen. Bei jeder Vorbereitung muss ihr die Hände waschen. Als erstes wascht ihr eure Radieschen und schneidet sie. Schneidet eure Schalotten. Freist eure Herdplatte an. Schickt eure Pfanne auf die Herdplatte. Bartet euer Hackfleisch an. Eure Radieschen und Schalotte hinzu. Macht ihr Gewürze dran. Gebt ihr Tomatenkauze hinzu. Gebt ihr noch ein bisschen Weißwein hinzu. Dann habe ich die Pennen genommen und habe das Ganze mit dem Hackfleisch für mich. Dann das Rezept. Musst hassen, keiner wird mir was schenken. Babys liegt nicht an dir. Und mein Kleid, ich wünsche euch noch einen Spanzen. Freierabend und einen guten Spanzen. Das war am Ende, meine Lieben.